Hallihallöchen, hier ist wieder euer Lieblings-Snoob Konrad und wir spielen heute natürlich wieder Minecraft. Genau, und ich habe mir überlegt, dass wir heute hier ein bisschen uns mal hier drin ein bisschen wohnlich machen. Wir haben da draußen ja letztes Mal unsere Gärten bestellt. Die sollen jetzt wachsen und gedeihen und in der Zeit könnten wir uns doch hier ein bisschen um eine gemütliche Inneneinrichtung kümmern, oder? Also das Bettchen haben wir ja gewohnt hier oben, unser etwas seltsames Schlafzimmer, aber naja, was soll's zum Schlafen, braucht man keine schönen Räume. Zumindest nicht der Konrad, weil der hat beim Schlafen die Augen sowieso zu. Und da habe ich überlegt, hier wollte ich ja eine Bar machen, da bin ich aber mit den Stühlen, habe ich ja schon mal versucht, was ich da für Stühle machen könnte, dass es gut aussieht. Ergebnis war gar keins. Deswegen habe ich gedacht, machen wir hier einfach so eine Stehbar, also so eine Art Küchentheke und machen da hinten dran die Küche. Sowas in der Art, wobei ich merke, jetzt gerade so für eine richtige Inneneinrichtung ist die Hütte etwas klein, ne? Aber es wird ja eine Ferienhütte, aber die soll ja schön aussehen. Und deswegen will ich versuchen, hier so eine kleine Küchenecke mal zu machen. Genau. Und zwar habe ich mir ein bisschen überlegt, ähm, also wenn ich mir vorstelle, ich würde hier stehen und hätte hier Gäste oder was auch immer. Ähm, wo hätte ich dann gerne was? Hier vielleicht einen Kühlschrank hin oder sowas? Gibt's sowas? Kann man sowas machen? Ich glaube, Kühlschrank könnte man noch hinkriegen. Da habe ich, glaube ich, schon eine Idee. Da habe ich eine Idee. Kühlschränke sind ja weiß. Jetzt habe ich hier natürlich... Habe ich doch Wolle. Ne, Wolle habe ich hier nicht. Ach, hätte ich mir ja mitnehmen können. Ach, ich merke schon. Es geht schon wieder super los. So, die Eimer brauchen wir jetzt erstmal nicht, wenn wir nur schöne Sachen machen wollen. Das Schwert legen wir uns eh da unten hin. Ich will jetzt auch keine Ordnung schaffen. Ich will jetzt was Schönes machen. Ich will jetzt nicht aufräumen. Aufräumen ist so... Hm. Aufräumen ist was für Erwachsene. Und ich will jetzt gerade nicht erwachsen sein. So. Schere. Schäfchen suchen. Und dann haben wir schon... Schäfchen haben wir hier ja noch genug. Irgendwo rumflitzen. Haben wir ja alle mal freigelassen hier. Hat man ja mal so viele verhaftet. Aber das Gemäcker ging mir so auf den Keks. So, wo sind denn die anderen? Wo sind denn die Freunde, Mensch? Da oben ist noch einer. Ich brauche ja erstmal nur zwei. Für den Kühlschrank. Mal gucken, ob das überhaupt gut aussieht, was ich mir da vorstelle. Ich weiß noch nicht, ob ich Kühlschrank dann... Ich probiere da mal was aus. Wenn ich so einen Griff mache oder so einen Knopf oder wie das heißt. Kann man ja machen. Bleib stehen. Wenn ich so einen Knopf mache. Wie dat dann? Ich muss mich... Ah, die Steuerung. Sag mal. Ich gebe es zu. Ich habe heimlich Forest gespielt. Ich habe mir Forest geholt. Ich habe Forest auch schon angespielt. Ich bin aber der Meinung, für ein Let's Play ist es noch nicht weit genug. Es ist noch zu Alpha. Ich werde aber, wenn es mal weit genug ist in meinen Augen, werde ich mal ein Let's Play machen von The Forest. Aber das dauert glaube ich noch ein bisschen. Das ist mir noch alles zu Alpha. Ist ein schönes Spiel. Schöne Spielidee. Aber zum Let's Playen finde ich noch zu Alpha. Einfach. Vor allem für mich. Ich bin ja dann komplett verwirrt. Ich bin ja schon bei ausgereiften Spielen verwirrt. So, Kühlschrank. Sollen wir da hin machen? Und dann so einen Knopf bauen. Einen Knopf bauen. Einen Knopf bauen. Wie ging Knopf? So ging Knopf. Einfach, oder? Wie einfach. Knopf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ob das wirklich wie ein... So wie ich es mir vorstelle, wie ein Kühlschrank aussieht. Ähm. Interessanter Knopf. Was ist das denn? Oh Gott. Das Auge Gottes. Oder wie heißt das? Das ist doch kein Kühlschrank. Das ist, äh... Eine Zyklopenstatue. Sehen Knöpfe immer so scheiße aus? Ja. Okay. Idee Knopf war wohl nix. Hm. Habe ich mir jetzt anders vor... Sieht das... Da sieht ein Knopf genauso aus. Ich habe mir jetzt einen Knopf anders vorgestellt. Naja. Ähm. Wie macht man dann aus der Kiste hier jetzt einen Kühlschrank? Noch ist es ja einfach nur ein weißer... Ein weißes Etwas. Wir können ja vielleicht mal... Ähm. Einfach mal, um... Um das drumherum schon mal zu gestalten. Vielleicht fällt mir in der Zwischenzeit eine Alternative zum Knopf ein. Stock. Aber auch nicht. Was wollte ich denn machen? Ein Pflock. Wie mache ich denn so einen Pflock? Ach ne, da brauche ich... Muss ich einen Zaun machen, ne? Boah, ich bin komplett aus Minecraft raus. Hä? Ach, andersrum. Ne, gar nicht hier. Mit... Ah, boah, Leute. Merkt ihr was? Ich muss jetzt öfter Minecraft spielen wieder. Höchste Zeit. Höchste Zeit. So, das reicht, glaube ich, erstmal. Und dann muss ich mir noch ein paar Platten machen. Das war's, genau. Aber nicht solche, sondern... So Stufen. Nicht Platten, sondern Stufen. Reicht das, glaube ich, auch erstmal. Den Zaun unten rein. Die nehmen wir wieder mit. Schön aus dem Gepäck raus. Der Knopf. Was machen wir mit dem Knopf? Ich brauche doch hier einen Kühlschrankgriff. Ich brauche doch einen Griff für den Kühlschrank. So, und das ist jetzt wieder viel zu hoch, ne? Boah, da muss ich so Platten nehmen. Wenn das geht. Weiß ich jetzt natürlich so auswendig auch nicht. Ich mache mal risikobereit, wie ich bin. Mache ich gleich mal vier Stück. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So, Axt habe ich... Doch, habe ich eine. Sehr schön. Die Knöpfe, das macht man jetzt immer noch. Knopf, 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 Türgriff. Habt ihr vielleicht eine Idee? Schreibt es mal in die Kommis. Was ich da als... Ah, das sieht doch besser aus. Guck mal. Das war immer noch nicht wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber kann man durchaus als Arbeitsfläche durchgehen lassen. Wobei... Ach, hör mir auf. Ach, wenn die Werkbank jetzt nicht so nach Werkbank aussehen würde, hätte ich da ein paar Werkbänke hingestellt. Und einen Ofen. Ja, natürlich. Ach, Leute. Muss ich doch gar nicht hier so einen Fuck machen. Geht doch viel einfacher. Ja, ich muss natürlich immer erst anfangen zu denken, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Aber ist ja egal. So, dann können wir hier doch auch einen Ofen wegnehmen. Dann haben wir da vielleicht nachher auch... Ist da noch was drin? Da ist noch was drin. Das nehmen wir raus. Nehme ich den Ofen mit. Und die Werkbank. Und dann gucken wir mal, ob wir dann vielleicht mehrere Werkbänke noch... Nur der Optik wegen. Einfach. Sieht auf jeden Fall eher aus wie irgendeine Küchenarbeitsfläche als das, was ich davor da hatte. Ach, jetzt ist die... Rate mal, was ich gerade machen wollte. Ich wollte zur Werkbank laufen. Jetzt pass mal auf, wenn ich mir jetzt... Ach, jetzt fehlt mir natürlich. Ach, Ei. Ei, dich braucht kein Mensch. Jetzt habe ich es doch wieder, das Ei. Und den Herd vielleicht noch dahin. Ja, aber da fehlt mir ein Knopf. Da fehlt mir ein Türgriff. Mann, was könnte ich... Was könnte ich da denn machen? Ich habe keine Idee gerade im Moment. Wie ich das hier... Dass das... Dass da was ist, wo wie ein Türgriff aussieht. Habe ich gerade wirklich keine Idee. Hm. Ich glaube, die Arbeit, die Denkarbeit überlasse ich diesmal wieder euch. Weil ihr könnt das einfach besser. Und man soll ja immer das machen, was man beherrscht. Deswegen höre ich auf zu denken. Das mit dem Knopf. Ich habe gedacht, das ist wirklich so ein kleiner Knubbel, wie er hier aussieht. Und dann ist der Knubbel da irgendwo an dem Ding dran. Und naja. Egal. Das ist... Wenn man es halt nicht vorher ausprobiert und von Sachen ausgeht, die dann gar nicht so funktionieren, wie man sie gern hätte. Hä? Ach nein, da wollte ich doch gar nicht... Wollt doch hier. Ich wollte noch... Ach, ich habe keinen Platz. Oh. Furchtbar wieder heute. Jetzt machen wir hier Platz erstmal. Spargel oder... Nee, Spargel. Warum sage ich immer Spargel? Das ist doch kein Spargel. So, machen wir mal. Einfach die Taschen leer, damit ich Platz habe. So. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal. So, hier hatte ich hier... Werkbank, Werkbank. Ging so, ne? Machen wir mal noch... Vier Werkbänke. Müsste reichen. Um hier einigermaßen... Jetzt ist die Frage, ne? Soll ich noch so... So hier noch eine Quertheke machen oder einfach nur... So einen offenen Bereich hier. Ich glaube, ich mache... Ach, guck mal an! Ach, wie geil! Ach, das ist ja mal... Ach, wenn ich die so schön nebeneinander stelle... Geil! Ach, was! Och, nee! Och, das ist ja herrlich! Ach, wie geil! Oh, jetzt bin ich... Jetzt bin ich richtig happy! Och, das freut mich jetzt richtig! Ist das geil! Oh, super! Dann brauche ich da... Wo mache ich denn dann den Ofen hin? Kann ich den hier so einbauen? Das sieht dann aber von der anderen Seite doof aus, oder? Sieht das dann doof aus? Ist jetzt die Frage, oder soll ich den Ofen dahin machen? Ich probiere es mal aus! Och, das... Das ist jetzt ja geil! Ich könnte jetzt... Ich könnte jetzt gerade in die Luft hüpfen und mich freuen! Eigentlich macht man ja neben den Kühlschrank keinen Ofen, ne? Das ist ja so energetisch und so irgendwie... Ähm... Jetzt bin ich wirklich irgendwie am Zweifeln, ob man das nicht komplett anders machen soll! Hm... Aber Kühlschrank hätte ich da eigentlich schon gerne! Aber es sieht ja momentan noch gar nicht aus wie ein Kühlschrank! Und wo mache ich den Ofen hin? Soll ich den vielleicht einfach mal... So Test-halber? Wenn es scheiße aussieht, können wir ja immer noch sagen! Machen wir anders! So, von der Seite geht es eigentlich, finde ich! Und von der... Geht es nicht! Okay, und wenn wir von der Seite her hier einfach noch eine komplette Wand zuziehen... Aber dann haben wir hier einfach nur einen Gang, in dem wir gar nichts machen können! Das ist mir dann zu schmal! Und das gefällt mir so jetzt nicht! Aber würde das besser aussehen, wenn ich... Natürlich würde das dann besser aussehen! Mensch! Ich habe ja schon wieder Ideen! Wenn ich da statt Holztreppen eine Steintreppe hinmache! Und Steine habe ich doch bestimmt genug! Ja, seht, Steine habe ich doch genug! Das könnte doch funktionieren! Das könnte doch tatsächlich auch gut aussehen, was ich da vorhabe! Okay, und dann muss ich die Stüflein noch bauen! Jetzt habe ich hier eine Riesenwerkbank! Da kann ich ja sehr kreativ sein! Tipp, 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 tipp! Ach, das reicht ja schon! Warum nehme ich so viele Steine? So! Flupsi! Flupsi! Und... Ach so, ja, wenn ich auf den Ofen klicke, logisch! So geht's aber! Dann sieht das nicht mehr ganz so scheiße aus! Das sieht... Okay aus! Wenn man von vorne reinkommt, wie sieht's dann aus? Das geht doch, oder? Ist doch jetzt gar nicht so schlecht! Finde ich! Oder? Da haben wir hier schon so eine Art Kochbereich! Wobei, das gefällt mir noch nicht mit dem Kühlschrank da und dieser langen Theke! Ich will das anders haben! Hoffentlich ist das dann nachher genauso, wenn ich das jetzt hier wegmache und auf die andere Seite mache! Ja, wunderbar! So, und soll man den Kühlschrank dann vielleicht auf die andere Seite machen? Also so hier hin? Sieht fast besser aus, wie das vorher, finde ich! Das sieht eindeutig besser aus! Aber ich hab noch keinen Knauf hier! Keinen Türknauf! Irgendwas! Ich hab auch keine Idee, was ich da machen könnte! Fackel, ne, eine Fackel-Sailor-Scheiße aus, oder? Okay, Idee gecancelt! Jetzt bin ich am überlegen, wenn man Redstone... So, aber Redstone und Wolle geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Das gibt doch mal Mausomuster in den Dingern! Hab ich überhaupt Redstone da? Nö, ich hab Spinnenaugen, Enderperle, Schleimball! Das ist es, ich merke schon, bei dem Griff für den Kühlschrank brauche ich definitiv eure Hilfe! Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Ein bisschen fällt mir da auf die Schnelle nix ein! Aber sonst gefällt mir die Ecke jetzt schon relativ gut! Sollen wir in der Küche einen anderen Boden reinmachen vielleicht? Einen Küchenboden? Statt einer Holzdiele? Was hat man in der Küche denn für einen Boden? Was haben wir da denn für Möglichkeiten? Lass mich mal überlegen! Hm, aus dem Fenster gucken und überlegen! Da hat man die meisten Ideen! Wir könnten so Cobblestone nehmen... ...für den Küchenboden, aber dass das gut aussähe... Es sähe dann wieder so nach Keller aus, finde ich! Was gibt's denn noch für Alternativen für einen Küchenboden? Lass mich mal in die Truhen gucken! Ob mich da irgendwas inspiriert zu einem Küchenboden! Ein Küchenboden von spezieller Güte! Vielleicht einfach dunkleres Holz nehmen an den Stellen von der Küche! Sollen wir das probieren mal? Probieren? Sollen wir das probieren? Wir probieren das mal! Probieren geht über Stuttieren! Und probieren kostet ja auch nichts! So, Küche ist ja dann wirklich der ganze Bereich hier! Das sieht jetzt aber auch cool aus irgendwie! Aber macht natürlich keinen Sinn! So! Einfach dunkleres Holz! Einfach damit man merkt... So, hier ist die Küche! Hier ist Hygienebereich! Warum habe ich das vor der Ding hier weggemacht? Weil es vielleicht so tatsächlich besser aussieht! Ich weiß noch nicht, ob ich so ganz glücklich sein soll! Weil jetzt gefällt mir... Jetzt würde ich am liebsten eine Wand noch hier ziehen! Da ziehen wir noch eine Wand! Und dann gefällt mir das aber nicht mehr! Oh je, ich merke schon! Aber wisst ihr was? Wenn ich schon so kreativ bin... Dann überrasche ich euch jetzt und sage einfach... Das zeige ich euch dann beim nächsten Mal! Ja, und ich freue mich schon drauf! Bis dahin! Viele Grüße und eine schöne Zeit! Euer Lieblings-Snoop Konrad! Tschüss!